Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir das Internet der Energie und dabei dreht sich alles um das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern Digitalisierung ist zunächst mal eine Frage der Haltung. Dinge ausprobieren, Fehler machen, kooperieren, klein anfangen, groß denken, das alles verbirgt sich für mich hinter dem Thema Digitalisierung. Dieses Verständnis von Digitalisierung möchten und müssen wir in der Organisation verankern und dabei werden wir unsere Mitarbeiter befähigen, diese Fertigkeiten zu entwickeln. So werden wir für unsere Kunden und Partner die richtigen und wichtigen Produkte entwickeln können und damit sind wir zuverlässiger und starker Ansprechpartner. Digitalisierung ist für uns eine große Chance und eine große Chance für die Wertschöpfung in der Region. Ich wiederhole mich gerne, dabei geht es nicht um die Frage der Technik, sondern um die Frage der Haltung.